Das Plastikgeld erobert das Land. 7,7 Millionen Bankomatkarten sind in Österreich in Umlauf. Fast die Hälfte aller Zahlungen im Handel wird bereits bargeldlos bezahlt. Was ist meine Geldbörse? Alles Karten? Damit das Bezahlen mit der Karte so reibungslos funktioniert, dafür sorgen die Menschen der Kartengesellschaft Paylife. Kreditkartenbetrüger haben kaum eine Chance. 99% aller Betrugsfälle werden in Zusammenarbeit mit der Polizei aufgeklärt. Im Zuge eines Polizeieinsatzes haben wir mal eine Rieferstraße lahmgelegt mit sieben Einsatzwagen. 506 Millionen Transaktionen wurden letztes Jahr mit Paylife-Karten getätigt. Damit bei der Abrechnung nichts schief geht, kommt eine hochkomplizierte Technik zum Einsatz. Noch immer die beste Waffe gegen Betrüger, das geschulte Auge des Kassenmitarbeiters. Wenn Sie unter der UV-Lampe schauen, dann sehen Sie die Taube da hier. Aber mit bloßem Auge kann man auch sehen, obwohl derjenige sich sehr bemüht hat. Damit das Einkaufen, vor allem im Netz, sicher bleibt, werden sämtliche Transaktionen bei Paylife in Echtzeit analysiert. Bei der kleinsten Unstimmigkeit wird sofort der Karteninhaber angerufen. Ihnen ist aufgefallen bei der Abrechnung, dass vor kurzem 3000 Dollar abgebucht worden sind. Darauf bin ich ein bisschen nervös geworden, weil man dachte, was für mein Konto, 3000 Dollar. Ohne Geldkarte läuft in Österreich fast nichts mehr. Neun von zehn Menschen verlassen das Haus nicht mehr ohne ihre Bankomatkarte. Egal ob im Supermarkt oder bei der Burgerbestellung, Bargeld ist out, Plastik ist in. Ein Geschäft ohne Kartenzahlungsmöglichkeit hierzulande ist kaum mehr vorstellbar. Letztes Jahr wurde im österreichischen Handel rund 35 Millionen Mal die Kreditkarte gezückt. Grüß Gott, bitte schön. Sie haben Swarovski. Ja. Ich hätte das gerne so ein großes Stück für meine Schwiegermutter, die hat den 75. So, bitte schön. Und, wie fallen Sie Ihnen? Sehr schön, sehr schön. Aber wichtig ist, dass der Schwiegermutter gefallen. Das ist richtig. Also darf ich es Ihnen einpacken? Ja, gerne, gerne. Bitte schön. Geschenksmäßig brauchen Sie es nicht verpacken, ich muss es meiner Gartin nur zeigen. Gerne. Bevor Sie anfangen, Sie nehmen eh alle Karten, oder? Ja, wollen Sie Kreditkarte bezahlen? Ja, bitte. Ja, kein Problem. Ich packe Sie zuerst einmal ein und dann machen wir die Zahlung. Ja, wegen zwei Euro verwende ich keine Kreditkarte, aber ich sage jetzt auch aus dem Versicherungsschutz heraus, doch ob man eine gewisse Höhe, ja, so auf 100 Euro herum. Gerade bei Swarovski-Stücken macht sich der Einkaufsschutz bezahlt. Sollte der filigrane Vogel beim Transport nach Hause beschädigt werden, zahlt die Versicherung die Kosten der Wiederbeschaffung. Kostet 900 Euro, ja? Okay. Sie haben gesagt, Sie wollen mit Kreditkarte bezahlen? Ja, toll. Gerne. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren jetzt im Handel tätig und wir haben eigentlich immer elektronische Bankomaten- und Kreditkartenabrechnung gehabt. Und, ja, man sieht halt über die Jahre, dass die Bargeldzahlung immer mehr an den Hintergrund gedrückt wird, quasi, ja. Aha, ich sehe da gerade, ich muss bei der Firma P-Live anrufen, da dürfte irgendwas mit der Autorisierung nicht gepasst haben. Das kann sein, ich habe heute schon einiges eingekauft. Ja, dauert nur einen Moment. Ja, Gelsgott Reif, mein Lifestyle in den Ringstraßengalerien spricht, ich habe gerade einen Kunden und es steht am Display, dass ich mich bei Ihnen melden soll. Ablaufdatum ist 1212, CVC-Code ist 579. Mhm. Alles klar. Ja, danke, wiederhören. So, ich muss da nur einen Autorisierungscode bekommen und den werden wir jetzt gleich versuchen. So, bitteschön. Jede Kreditkartenzahlung wird innerhalb weniger Millisekunden bei P-Live abgewickelt und geprüft. Wenn das ausgeklügelte System die Kreditkarte nicht freigibt, dann werden die Mitarbeiter des Genehmigungsdienstes aktiv. Hier kommen die Anrufe der österreichischen Händler hinein, wenn es eben mit einer Kartentransaktion, sage ich einmal, keine automatisierte Verarbeitung gibt. P-Live Bank, guten Tag. Details des komplexen Prüfungsverfahrens werden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Es gibt irgendein Kennzeichen in der Datenbank des Kartenausstellers, wo das sagt, nein, ich will das jetzt nicht. Das können sein Beträge, Kartenfrequenz oder überhaupt ein Grund, ein Stoppgrund, sagen wir dazu. Karte gesperrt, Karte verloren, Karteninhaber ist nicht mehr berechtigt, seine Karte einzusetzen, etc. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Autorisierung auf eine Mauterkarte. Sehr gerne. Haben Sie die Kartennummer für mich? Ja, die 5266. Ja, danke schön. Und welchen Betrag geht es? 15.286 Euro. 15.286. Dann brauche ich noch eine Information von der Karte, die Sie mir sicher geben können. Von der Rückseite, Sie wissen Bescheid. Die 907. Dankeschön. Das war eine sensiblere Branche, Jubilierbranche und Betrag etwas höher. Und wir wollen einfach sicher gehen, dass nur unsere Kunden diese Umsätze machen können. Die Sicherheitsabteilung arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Sobald das System einen Missbrauch einer Karte entdeckt, wird sofort die Exekutive alarmiert. Ja, im Zuge eines Polizeieinsatzes haben wir mal die Marilferstraße lahmgelegt mit sieben Einsatzwagen. Wir haben gesehen, da gibt es einen Kartenmissbräucher, der geht die Marilferstraße rauf und runter. Wir haben ihn dann geschnappt. Anhand des Monitorings kann der Weg einer Kreditkarte nachverfolgt werden. Doch die Technik allein ist wertlos ohne die Mithilfe des Menschen. Es gibt auch dann Verkäuferinnen und Verkäufer, die aufmerksam sind. Und die kommen daher und sagen, okay, es ist nicht normal, dass ein Karteninhaber herkommt, in eine Damenwäscheabteilung geht und sagt, ich nehme jetzt umschaut von Größe 38 bis 42 alle Kleider, die da hängen, präsentiert eine Karte und geht damit aus dem Geschäft. Und zehn Minuten später passiert das Ganze noch einmal. Dann kriegen wir Anrufe, dann können wir anhand eines Monitorings schon schauen, was mit der Karte passiert. Mit einem Zahlungsterminal dauert eine Überprüfung nur wenige Sekunden. Einziger Feind der Firmen ist der Stromausfall. Also wenn es wirklich ausfällt, wird es schon sehr harg. Also wir sind da sehr abhängig auch von den Umsätzen, klarerweise. Aber wir haben noch ein sehr altes Gerät, den sogenannten Handhobel oder wie wir auch sagen, den Ritschwatsch. Und man gibt die Kreditkarte rein, das heißt, man hat hier den Firmennamen oben, den Kundennamen, fährt mit dem Hobel durch, muss natürlich dann die Kreditkarten das Institut ankreuzen, den Betrag. Und dann ab einer gewissen Höhe wird es ein bisschen kompliziert, weil da hat jedes Kreditkartenunternehmen einen anderen Autorisierungsbetrag, das heißt, man muss wieder zum Telefon greifen, also wenn jetzt Stromausfall ist, geht das Telefon natürlich auch nicht, braucht man wieder das Handy und dann kriegt man einen Genehmigungscode und kann dann die Transaktion durchführen. So, bitteschön, viel Freude damit und schönen Gruß an die Schwiegermutter. Ja, von so einem jungen Herrn weiß, dass Sie sicher gern schön grüßen. Gerne, Wiederschauen. Kreditkarten sind aufgrund der Chip-Technologie mittlerweile schwer zu fälschen. Trotzdem passiert es immer wieder, dass Diebesbanden versuchen, mit gefälschten Karten einzukaufen. In Schulungen sollen die Kassenmitarbeiter lernen, echte von falschen Kreditkarten zu unterscheiden. Unser Unternehmer wird auch von kriminellen Personen attackiert und wir versuchen, diese Schäden so gering wie möglich zu halten. 99 Prozent aller Betrugsfälle können in Österreich aufgeklärt werden. Die Schulungen des Paylife-Sicherheitschefs Ali Basas sind für die Eibel-Mitarbeiter eine wertvolle Hilfe. Wir hatten das Glück oder Pech, wie man so schön sagt, dass wir halt bei uns im Unternehmen schon gefälschte Karten haben, aber zum Glück vorher eine Schulung gehabt haben mit den Herrn Basas. Und es ist halt wie beim Bargeld auch, wenn du einmal eine Fälschung in der Hand gehabt hast, tust du es einfach viel leichter. Es ist wie wenn es das halt nur in der Theorie siehst. Solche Karten werden grundsätzlich in Feinostasien angesetzt, beziehungsweise produziert. Und wenn die Leute mit solcher Karten zu uns kommen, kaufen es gleich Rolex-Uhren und sonstige wertvolle Gegenstände. Das Hologramm ist nicht auf der Karte geklebt, sondern ist wirklich integriert, sehr schöne Arbeit. Die Karte wurde eingezogen, weil der Gute mit Alex unterschrieben hat, obwohl die Karte auf Wank K. Choi lautet. Die wichtigsten Sicherheitsmerkmale auf der Karte, die Hochtiefprägung der Kreditkartennummer und die Hologramme. Eines davon darf nur unter der UV-Lampe sichtbar sein. Wenn Sie unter der UV-Lampe schauen, dann sehen Sie die Taube da hier. Aber mit bloßem Auge kann man auch sehen. Und das ist schon eine Fälschung, obwohl derjenige sich sehr bemüht hat. Monika Meyerhofer ist schon über 30 Jahre im Handel tätig. Fälschungen erkennt die Kassenleiterin sofort. Ich meine, so wie hier, wo keine Hochtiefprägung ist, ist das einmal eh ganz klar, dass das keine echte Karte sein kann. Ich meine, im großen Stress kann es schon einmal passieren, dass man erst beim zweiten hinschauen, dann sieht, ob es passt oder nicht. Aber grundsätzlich sind diese Karten hier eigentlich gut als Fälschung zu erkennen. Die Kreditkartenbetrüger sind nicht Gewalttäter. Sie versuchen immer, so unauffällig wie möglich das Geschäft zu verlassen. Wenn bei Ihnen der Fall ist, auch Sie unauffällig denjenigen verfolgen. Vielleicht können Sie am Parkplatz ein Autokennzeichen notieren. Das ist sehr viel geholfen. Monika Meyerhofer und ihr zwölfköpfiges Team hatten schon ein paar Mal mit Betrügern zu tun. Die Prüfung der Karte auf Echtheit ist ihr längst in Fleisch und Blut übergegangen. Bei der kleinsten Unstimmigkeit schrillen bei ihr sofort die Alarmglocken. Wir hatten in der Vergangenheit eh kurz nach unserer ersten Schulung einmal eine Bande, die innerhalb von 14 Tagen dreimal mit kopierten Karten versucht hat zu bezahlen. Aber aufgrund der Schulung, die wir eigentlich unmittelbar vorher gehabt haben, war es meinen Damen möglich, dass sie die Karte als solche identifizieren konnten. Und wir haben sie jedes Mal eingezogen. Die Täter sind uns zwar unmittelbar entwischt, aber aufgrund einer sehr guten Beschreibung war es dann doch so, dass vier Monate später zu einer Überführung gekommen ist. Es war damals eine ungarische Bande, die doch einen sehr hohen Schaden angerichtet hat. Paylife betreut mehr als eine Million Kreditkarten. Die meisten davon werden außer Haus produziert. Nur in dringenden Fällen kann Paylife die Karten selbst prägen. Wir bekommen täglich ca. 300 bis 400 Kartenanträge. Die Kartenanträge werden auf Richtigkeit überprüft und gehen zur Prägung. Die Mehrheit dieser Karten prägen wir aber bei der Firma AustriaCard. Nur die wichtigen Karten, nur die dringendsten Karten, wir haben ein ganz besonderes Service. Das heißt, diese Karten können wir bei uns im Hause bringen. Das sind im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Stück pro Tag. Dringend kann etwa bedeuten, die Karte geht während des Urlaubs zu Bruch und der Kunde steht ohne Geld da. Dann wird das neue Exemplar per Boten in den Urlaubsort geschickt. Im aktuellen Fall ist die Mastercard noch in Österreich ruiniert worden. Die Karte ist schon fertig. Sehr gut. Darf ich nur eine Unterschrift haben auf der Karte? Ja, gerne. Es ist so, dass ich morgen um 5 Uhr den ersten Flieger nehme in den Süden. Und da brauche ich dringend meine neue Karte, weil ich habe meine Arke ruiniert. Und mir ist es sehr peinlich, das zu sagen, aber beim Radofahren habe ich das Geld bei uns zu blöd eingesteckt gehabt. Und da hat sich die Karte so verbogen, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und ja, bei Bela ist das extrem rasch und unkupressiert gegangen. Und ich bin wirklich happy, dass ich diese Karte jetzt habe. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen Urlaub. Und werde sicher stark strapazieren, die Karte. So, wir können jetzt den Superplatz holen. Biederschauen. Ich danke nochmal. Danke. Ohne die kleine Karte wären viele Österreicher im Urlaub aufgeschmissen. 1,4 Milliarden Euro wurden letztes Jahr im Ausland mit Kreditkarte umgesetzt. Doch wie funktioniert so eine internationale Transaktion eigentlich? Die Karte wird über das lokale, in der Regel ist es das Telefonnetz, an den Kartenakzeptanten geroutet. Das ist eine Bank in der Regel. Diese haben dann ein Gateway in das internationale Netz. Und dieses internationale Netz routet dann diese Anfrage an den Kartenaussteller. In dem Fall wäre das die Paylife-Bank. Da wird diverse Sachen geprüft. Vor allem ist die Karte zum Beispiel mal gültig. Gibt es sie wirklich? Aber da gibt es noch ganz viele andere Prüfungen. Es wird dann eine sogenannte Systemantwort generiert. Und diese Systemantwort wird wieder ins internationale Netz gesendet. Und geht dann über den Kartenakzeptanten zum Terminal des Händlers. Und das Ganze dauert in etwa im Millisekundenbereich. Also da darf nicht sehr viel Zeit verloren gehen, weil niemand möchte gern beim Händler stehen. Das muss schnell gehen. Und das ist eben alles sehr techniklastig. Die Technik wird regelmäßig servisiert und geprüft. Paylife betreut österreichische Handelsunternehmen auch bei Shop-Eröffnungen im Ausland und managt die gesamte Infrastruktur der Kartenzahlung vor Ort. Textilriesen wie C&A können so sicher sein, dass die Abrechnung auch wirklich immer funktioniert. Das war nicht immer so. Ich kann mich an eine Shop-Eröffnung erinnern, die wir im Vorjahr gemacht haben. Ganze Zentrums-Eröffnung, wo es eigentlich noch keinen fixen Stromanschluss gegeben hat. Das wurde alles mit Dieselaggregaten. Das komplette Zentrum wurde mit Dieselaggregaten betrieben. Was natürlich Gott sei Dank während des Geschäftsbetriebes hat das ganz gut funktioniert. Am Abend wurden die Dinge halt abgeschaltet. Und hat natürlich dazu geführt, dass wir keine Umsätze an das Warenwirtschaftssystem melden konnten. Bargeldloses zahlen ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Ein defektes Gerät kann deshalb unangenehm für den Handel werden. Also wenn ein Terminal ausfällt und wir haben mehrere Kassen, dann ist das noch verkraftbar. Wenn natürlich alle Terminals ausfallen, dann ist es wirklich Feuer am Dach. Es ist generell so, dass für große Handelsunternehmungen dieser Kartenbezahlungsprozess ein unternehmenskritischer Prozess mittlerweile geworden ist. Das heißt, jede Störung oder jeder Ausfall führt eigentlich unmittelbar zu Umsatzverlust. Vor 30 Jahren konnte sich noch keiner vorstellen, dass man die Milch mit einer Karte bezahlen wird können. Geschweige denn, dass man Geld aus dem Automaten bekommt. In Wien ging 1980 der erste Bankomat in Betrieb. Da ist man als Kunde mit einem Päckchen Lochkarten gekommen, hat einen Schlüssel besessen, hat zuerst aufgesperrt und dann eine Lochkarte hineingesteckt. Im Jahr 1980, als das Ganze begonnen hat, hat man ja eigentlich an die ganze Geschichte noch nicht so wirklich geglaubt. Das war sehr exotisch. Geld aus dem Automaten war eine merkwürdige Geschichte. Und ich kann mich gut erinnern, ich war damals schon im Bankgeschäft, wir haben Kunden befragt. Wie wäre das, wenn ihr rund um die Uhr das machen könnt? Und Sie werden es nicht glauben, das Ergebnis der Befragung war totale Ablehnung. Die Menschen haben gesagt, nein, ich will lieber zu meinem Kassier gehen und mit dem plaudern. Den Rest der Geschichte kennen wir. Das Beheben mit der Karte ist heute wirklich völlig unverzichtbar geworden. Wir haben Marktforschung gemacht diesbezüglich. Und Sie können davon ausgehen, neun von zehn Österreichern verlassen das Haus überhaupt nicht ohne ihre Zahlungskarte. Dr. Ewald Juth war 1980 bei der Einführung des Plastikgeldes in Österreich wesentlich beteiligt. Die Geldkarte war damals etwas Utopisches. Ich kann nur sagen, ein Onkel von mir, der kein Girokonto gehabt hat, keine Karte, das war auch unbekannt, den habe ich dann einmal stolz, weil ich da mitgemacht habe, habe ihn zu einem der ersten drei Bankomaten geführt, haben ihm gezeigt, wie das geht. Karte rein, Geld raus. Hat er gesagt, so eine Karte will ich auch. 1980 gab es 35 Automaten in ganz Österreich. Heute kann man bei rund 7700 Geräten permanent Geld beheben. 7,7 Millionen Meistro-Karten sind aktuell im Umlauf. Man hat sich so an diese bargeldlose Zahlen gewöhnt, also dass man irgendwie nie genug Geld hat dabei. Kreditkarte, Bankomatkarte, alles, ohne dem ist eigentlich das Leben gar nicht mehr vorstellbar, oder? Ich habe meine Bankomatkarte immer dabei. Und Bargeld habe ich sonst immer nur als kleines Kind von meinen Eltern so speziell bekommen. Ich finde aber, dass dieses Plastikkaterl gut ist, besser als das Papier und es hält auch länger als das Papier. Ich suche den nächsten Bankomaten. Auch jetzt. Auch jetzt? Auch jetzt. Ist die Bankomatkarte verloren oder gar gestohlen, muss der Kunde die Sperrhotline anrufen und landet dann hier, bei den Mitarbeitern von Paylife. Die Karteninhaber realisieren nicht, dass sie unbedingt zur Sperre die Kontonummer benötigen oder die Kartennummer der Meistro-Karte. Und das ist vielen nicht geläufig. Man kann aber den Kunden dann so weit, und das ist fast schon eine psychologische Komponente dieser Arbeit, versuchen hinunterzubringen. Sagt, okay, wenn Sie den PIN sicher verwahrt haben, niemanden dritten zugänglich gemacht haben, dann ist einmal Ihre Karte absolut sicher. Gehen Sie nach Hause, suchen Sie sich einen Kontoauszug, schauen Sie auf einer Rechnung nach, treiben Sie irgendwo die Kontonummer auf und dann sperren wir Sie nicht sofort. Bis zu 1,5 Millionen PINs werden jährlich von Paylife verschickt. Die Monatsabrechnungen der Kreditkarten nehmen ein wenig mehr Papier in Anspruch. Tagesspitze ist bis zu 100.000. Das ist nicht der Normalfall. Im Schnitt sind es etwa 30.000 bis 35.000. Und über das Monat ergibt es dann 500.000 bis 550.000. Also über 6 Millionen Rechnungen, Kreditkartenabrechnungen übers Jahr. Das Drucken der PINs ist eine hochsensible Angelegenheit. Das sind jetzt nur Testdrucke, daher kann man das auch herzeigen. Das kennt im Normalfall eh jeder erwachsene Österreicher. Das sind die PIN-Kuverts. Bedruckt werden sie mit einem Nadeldrucker. Das heißt, das Kuvert ist von Haus aus verschlossen. Mit dem Nadeldrucker wird dann über ein Schwarzpauspapier dann ins Kuvert der PIN-Code eingedruckt. Und so ist dann gesichert, dass eben bevor der Kunde das öffnet, niemand anderen hat den PIN-Code sehen kann. Man sieht das dann eh. Man kann dann auf der Seite das aufreißen. Da drinnen hat man dann den PIN-Code aufgedruckt. Das Verfahren ist absolut sicher insofern, dass auch der Server für den PIN-Druck völlig abgekoppelt vom restlichen System die PINs generiert. Und dadurch gewährleistet ist, dass da niemand irgendwo Einblick nehmen kann. Doch die ganze Sicherheit nützt nichts, wenn der Konsument mit den PINs dann fahrlässig umgeht. Die Wiener Polizei gibt immer wieder Sicherheitstipps zum Thema Plastikgeld heraus. Doch die Bevölkerung ist oft unbelehrbar. Leider Gottes sind oft Karte und PIN gleichzeitig weg. Daher müssen wir immer davor warnen, das ist auch eine Haupttätigkeit der Prävention auf diesem Gebiet. Es ist einfach eine Katastrophe, den PIN im Geldbörsel zu lassen, irgendwo anders einzutippen. Beides ist dann weg. Und dann ist jedenfalls einmal die erste, zweite Abhebung, die ist geschehen. Und dann hat natürlich auch der Kunde Erklärungsbedarf, auch Erklärungsbedarf gegenüber der Bank. Gleich bei ATV die Reportage. Internetshopping. Wie sicher ist das Einkaufen im Netz? Irgendeinen dubiosen Geschäftspartner aus dem Netz zu suchen und dann freimütig die Kreditkarten, Nummern, vielleicht sogar auch noch PIN dazuzugeben, das ist natürlich ebenfalls eine Katastrophe. Und Mythos Platinumkarte. Gibt es in Österreich überhaupt jemanden, der sie besitzt? Könnten wir es uns leisten, würden wir uns auch ein schnittiges Sportauto mit der Karte kaufen können, was natürlich mit einer anderen Karte nicht denkbar ist. Die Polizei hat immer wieder spektakuläre Fälle des Geldkartenbetrugs aufklären können. Dank der Chip-Technologie sind die in Österreich ausgegebenen Karten absolut fälschungssicher. Bei Magnetstreifenkarten ist eine Manipulation zwar schwierig, aber mitunter möglich. Der hauptsächliche Fälschungsmodus ist ja der, dass eine Karte hergestellt wird und dann mit Daten kombiniert wird, die der Täter woanders her hat. Also das berühmte Über-die-Schulter-Sehen beim Eintippen eines Codes, das kann natürlich dazu führen, dass Tätergruppierungen zum Code kommen, zum PIN kommen. Und das wird dann eingespielt, aufgedruckt auf fremde Karten, um das vereinfacht zu sagen. Und damit wird dann auch abgehoben. Auch das Internet ist nach wie vor ein beliebter Tummelplatz für Betrüger. Meist liegt es aber nicht am System, dass das Geld weg ist, sondern an der Leichtsinnigkeit der User. Und dann kann selbst die Polizei nicht mehr weiterhelfen. Da ist es ganz einfach so, dass man darauf achten muss, eine sichere Verbindung zu haben. Das ist ganz leicht erkennbar. Und natürlich nur mit den Firmen abwickeln, denen man auch wirklich vertraut. Das heißt, irgendeinen dubiosen Geschäftspartner aus dem Netz zu suchen und dann freimütig die Kreditkartennummern, vielleicht sogar auch noch PIN dazu zu geben, das ist natürlich ebenfalls eine Katastrophe. Trotz dieser Gefahrenquellen wird Online-Shopping immer attraktiver. Laut Statistik Austria kaufen in Haushalten mit Internetzugang regelmäßig rund 41% der Personen im Netz ein. Also ich buche eigentlich auf Seiten, denen ich vertraue, also Amazon oder eBay, also mit diesem PayPal-System. Da habe ich ein großes Vertrauen darin, dass das alles in Ordnung geht und bin bis jetzt auch nicht negativ enttäuscht worden. Im Internet würde ich es ja nicht nutzen. Also mit der Nummer. Nein, das ist mir zu unsicher. Im Internet kaufe ich nicht ein. Aber Freunde, die haben eingekauft, also bei eBay oder weiß ich nicht wo, und haben das hergegeben und es ist dann nicht der Betrag abgebucht worden, der vereinbart war zum Beispiel. Ich meine, du hast im Computer das, du weißt ja gar nicht mehr, für was du alles bezahlst, wenn das alles so geht. Das wichtigste Sicherheitsmerkmal beim Online-Shopping ist das geschlossene Schloss im Browserfenster. Ein Kick auf das Schloss zeigt den Inhabernamen und die Zertifizierungsstelle an. Die Zahlung mittels Kreditkarte ist dank der ausgeklügelten Technik der Kreditkartengesellschaften noch sicherer geworden. Wir haben im Jahr fast 500 Millionen Transaktionen, die bei uns durchlaufen, die wir bearbeiten. Das heißt, in der Sekunde sind zehn Transaktionen, also während wir reden, können Sie sich ausrechnen, wie viele Geschäftsfälle passieren. Das heißt, die Bedrohung ist immer da, aber die Abwehrmechanismen, die wir inzwischen geschaffen haben, sind schon so ausgefeilt, dass wir uns zwar nicht relax zurücklehnen können, aber doch entspannt sein können. Der Wiener Jürgen Grill wurde auch Opfer eines Kreditkartenbetrugs. Und das, obwohl er extrem vorsichtig war und eigentlich alles richtig gemacht hat. Ich habe sehr viel mit Geld zu tun in Baden, ich bin für Acker. Und darum bin ich auch eher für alles Moderne, wie man vielleicht sehen kann, bin ich eher sehr skeptisch gegenüber. Und ja, es wird eigentlich selten bei mir bei der Kreditkarte was abbucht. Meine Lebensgefährtin hat natürlich auch Sonderwünsche, die man sehr gerne erfüllt. Und hat sich ein Parfum in den USA bestellt, die man leider nur in den USA trägt. Und man tut ja gerne dem Namen was Gutes. Habe ich dieses Parfum via Internet online bestellt. Und ist alles wunderbar gegangen. Die Online-Parfümerie war echt. Die Abwicklung der Kreditkartenzahlung korrekt. Doch Betrüger haben irgendwie die Kartendaten des FIAKERs herausgefunden. Die böse Überraschung kam erst später. Und ein paar Tage drauf, habe ich einen Anruf bekommen in der Früh. War Vertreter der Firma P-Life. Und die haben mich gefragt, ob ich gerade in Amerika drüben bin. Leicht konsterniert habe ich mir gedacht, nein, momentan bin ich noch in Wien. Also nein, kann ich dementieren, bin ich nicht in Amerika. Und die haben gesagt, naja, Ihnen ist aufgefallen bei der Abrechnung, dass vor kurzem 3.000 Dollar abgebucht worden sind. Darauf bin ich ein bisschen nervös worden, weil ich mir gedacht habe, was für mein Konto, 3.000 Dollar. Auch nicht schwach. Habe ich gesagt, nein, das habe ich nicht veranlasst. Und ja, daraufhin wurde da nachgegangen und ist herausgekommen, dass da jemand auf meine Kontodaten Abbuchungen getätigt hat. Ich war natürlich sehr erleichtert, dass sich die Firma P-Life bei mir gemeldet hat und dass wir das alles aufklären konnten. Alle Transaktionen, die über P-Life-Kreditkarten abgewickelt werden, unterlaufen einer strengen Kontrolle. Wie kontrolliert wird, ist natürlich ein Betriebsgeheimnis. Bei uns ist es so, dass wir die Transaktionen, die bearbeitet werden, immer online analysieren und nach Muster schauen, nach Merkmalen, von denen wir aus anderen Fällen schon gelernt haben, da ist ein Missbrauch möglich. Und wenn jetzt eine derartige Transaktion durch das System durchläuft, dann wird man aktiv. Das Erste ist, dass wir versuchen, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, um das abzuklären. Stellt sich heraus, es ist wirklich ein Missbrauch, dann wird der Kartentausch organisiert. Bei jeder Art der möglichen Bedrohung von der Karte mit Missbrauchsumsätzen kann man immer wieder nur sagen, der Kunde, der Kartenbesitzer hat nie ein Risiko. Jürgen Grill bekam seine 3000 Dollar von der Kreditkartenfirma natürlich zurückerstattet. Es war auf alle Fälle wesentlich unkomplizierter, als ich anfangs befürchtet habe. Und das ist sehr rasch und langen über die Bühne gegangen. Abgewickelt werden diese Fälle in der Reklamationsabteilung. Hier kommen alle Anrufe, Mails und Faxe herein, wenn ein Paylife-Kunde Unstimmigkeiten auf seiner Abrechnung bemerkt. Das kann jetzt sein, wenn der Kunde eine Doppelbuchung auf seiner Kreditkarte vorfindet. Das heißt, er ist mit einem Betrag zweimal belastet worden. Ein Grund kann auch sein, dass er eine Belastung nicht zuordnen kann. Auf seiner Abrechnung erkennt weder das Unternehmen, das ausgewiesen ist, noch kann er sich an den Betrag erinnern, dass er den angewiesen hat. Kann ein Grund sein, warum er uns kontaktiert. Bei der Sky Europe Light im letzten Herbst mussten die Mitarbeiter Zusatzschichten fahren. Mehr als 5000 Transaktionen wurden allein aufgrund des Billigflieger-Konkurses bearbeitet. Die Kunden, die ihr Ticket also nicht mehr nutzen konnten, wollten jetzt natürlich wissen, ob sie eine Möglichkeit haben, hier das Geld zurückzubekommen und wenn ja, was dafür die Anforderungen sind. Und hier hatten also die Kunden, die das Ticket mit einer Kreditkarte bezahlt hatten, einen wesentlichen Vorteil. Wir konnten hier unseren Karteninhabern, die es mit einer P-Live-Karte bezahlt haben, das Geld zurückerstatten. Und auch den Gesamtbetrag, was, wenn das die Kunden selbst hätten müssen, beantragen über den Masseverwalter in der Regel. Also keine hundertprozentige Quote, wenn überhaupt etwas möglich gewesen wäre, zurückbekommen hätten. Die Pleite der Airline hat den Mitarbeitern bei P-Live kurzfristig eine Sechstageswoche beschert. Das ist ein Teil unserer Ablage von den Sky-Europe-Anfragen, die wir bearbeitet haben. Also das ist aber nicht alles, sondern, sage ich jetzt einmal, die Hälfte von den ganzen Akten, die wir wirklich bearbeitet haben. Die wir hier also nicht mehr in Ordnern sortiert haben, sondern einfach hier in diesen Kisten abgelegt haben. So auch ein bisschen als Dokument, als Zeitzeugen für später, also was hier passiert ist in der Gruppe. Was viele noch nicht wissen, der Versicherungsschutz einer Kreditkarte ist nicht nur auf das Reisen und Einkaufen beschränkt. Seit dem letzten Jahr können Goldcard-Besitzer auch den Schlüssel SOS in Anspruch nehmen. Für Anna Schwarz kam diese Neuerung gerade zum richtigen Zeitpunkt. Also so mein Freund ist rausgegangen und hat seinen Schlüssel innen stecken lassen. Und wie ich dann später rausgegangen bin, ja irgendwie nicht darauf geachtet, irgendwie in der Eile, in der Hektik irgendwie. Ja, Tür zu, draußen wollte ich zusperren und habe mich gerundet, ja, wieso geht das jetzt auf einmal nicht mehr. Und dann, ja, dann hat es irgendwie, ja, dann eh noch meinen Freund angerufen. Der so, ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe meinen Schlüssel drinnen stecken lassen. Und, ja. Statt eines Aufsperrdienstes hat die PR-Assistentin einfach die Notrufnummer der Versicherung von Paylife angerufen. Die haben dann für mich diesen Aufsperrdienst organisiert. Die waren auch wirklich sehr flott dann da, haben das Ganze ganz fix erledigt. Und ich habe auch nichts zahlen müssen, also einfach unterschreiben müssen dann einen Zettel, dass eben diese Leistung passiert ist und, ja, und die übernehmen die Kosten. Man kriegt im Nachhinein dann eben nur ein paar Tage später habe ich dann eine Bestätigung bekommen von dieser Versicherungsleistung. Und wo ich dann auch erfahren habe, dass es eigentlich 260 Euro gekostet hätte, also es hat sich schon ausgezahlt. Eine halbe Million Karteninhaber von Paylife-Kreditkarten besitzen eine Goldkarte. Eine umfangreiche Reiseversicherung ist dabei inkludiert. Das macht sie bei den Österreichern so beliebt. Es stellt sich vor, sie fahren nach Südostasien, zum Beispiel nach Birma oder nach Laos. Und da ist die Infrastruktur bei weitem nicht so entwickelt wie in Europa und es passiert ihnen irgendwas. Sie haben einen Autobusunfall, sie verunglücken mit dem Motorrad oder was immer, wo den Leuten nur dann geholfen ist, wenn sie möglichst traurig aus dem Land rausgeholt werden mit dem Ambulanzjet. Die Leute werden dann aus den Ländern direkt ausgeflogen, sofern sie transportfähig sind, nach Wien gebracht hat, umstehen sogar mit dem Helikopter ins AKH geflogen und dann vor Ort ärztlich betreut. Und dann hat man nicht nur ein sozusagen gesundheitliches Problem und hoffentlich wird man gesund, aber nachher hat man auch ein finanzielles Problem, denn man hat dann riesige Schulden, weil man das ja alles bezahlen muss. Und da ist so eine Versicherung natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Goldes wert, weil die deckt das dann ab. Gold kann Platin aber nicht ersetzen, zumindest nicht bei den Plastikkarten. Nur eine Handvoll reiche Österreicher besitzt die Platinum-Karte. Tatsächlich wird die Karte nicht verkauft, sondern vergeben. Das bedeutet, dass wir hier insbesondere mit den Private Banking-Abteilungen der Großbanken und auch mittleren und kleinen Banken zusammenarbeiten, die uns Kunden empfehlen, denen wir dann so eine Karte ausstellen. De facto ist die Platinum-Karte sogar unbeschränkt. Könnten wir es uns leisten, würden wir uns auch ein schnittiges Sportauto mit der Karte kaufen können, was natürlich mit einer anderen Karte nicht denkbar ist. Wer noch nicht ganz so viel Bares auf dem Konto hat, der kann das Geld ausgeben mit einer Prepaid-Kreditkarte übertragen. Ein ideales Geschenk für Shopping-Biktims. Und jetzt mit 50, 100 Euro und 150 Euro. Und ja, das wird dann beladen und kann man überall verwenden. Eigentlich in jedem Geschäft damit zahlen. Ich finde das sehr nett in dieser Geschenkbox. Und ja, es ist netter als Bargeld. Und sie kann das Geld trotzdem ausgeben, wie sie möchte. Die Geschenkkarte kann weltweit eingesetzt werden, auch bei Internet-Einkäufen. Und man kann kostenlos online nachsehen, wie hoch das Guthaben ist. Konto überziehen? Mit einer Prepaid-Kart unmöglich. Dankeschön. Das Geld ausgeben sei mit Kreditkartenzahlungen schwer zu kontrollieren, heißt es oft bei den Konsumenten. Dabei kann mittlerweile jede Zahlung online überprüft werden. Monatsabrechnung und aktueller Umsatz kommen auf Wunsch sogar via SMS aufs Handy. Trotzdem sind viele Österreicher noch immer Kreditkarten-Muffe. Ich habe keine Kreditkarte, nein. Nein, ich brauche sie nicht. Es genügt die Bankkommate völlig. Lieber Bargeld, ja. Barres ist wahres, immer noch. Wenn man nicht damit umgehen kann, ist es so falsch. Weil man den Überblick verliert über das Geld. Ich habe eine Prepaid-Karte, nenne ich das. Aufladen und dann runternehmen. Und wenn es leer ist, ist es leer. Wenn es leer ist, ist es leer. Doch Gott sei Dank kann man diese Prepaid-Karten immer wieder aufladen. Praktisch, wenn das Geld gerade im Urlaub ausgeht. Ich würde gerne zwei Mastercard-Redcard-Karten aufladen. Wieder Beladungen, ja? Ja, genau. Und zwar die von meiner Mama und meines selber. Kein Problem. Ausweis haben Sie mit? Ja, habe ich dabei. Sehr gut. Die Kunden fühlen sich einfach wohler, wenn sie sagen, sie tun es nur dann beladen, wenn sie wissen, jetzt möchte ich morgen zum Beispiel eine gewisse Summe damit bezahlen, dass man ihm dann gezielt das Geld erst drauf ladet, ja? Meine Mama ist einfach von dem her noch nicht ganz so überzeugt, eine eigene Kreditkarte zu haben. Und da haben wir ja mal den Vorschlag gemacht, sie soll sich doch einmal ein Mastercard-Red nehmen. Die hat eigentlich Vorteile von dem her, dass man sie, eigentlich sie kann sie genau gleich einsetzen, wie eine reguläre Kreditkarte. Und ja, macht ihr eigentlich Spaß und das ist quasi der Zwischenschritt, ja, zwischen Kreditkarte und Zahlkarte. Aber nein, sie ist sehr zufrieden mit der Mastercard-Red. Für die Mastercard-Red braucht man kein Girokonto. Sie ist drei Jahre lang gültig und kann auch von anderen Personen aufgeladen werden. Besonders Eltern stehen oft am Schalter von Paylife und laden die Karten ihrer Kinder hier auf. Die sind dann immer sehr glücklich, wenn wir dann die Kinder, die jetzt auf Auslandssemester sind oder einfach nur auf Sprachreise, wenn wir dann wirklich sagen können, in einer halben Stunde hat die Tochter das Geld auf der Karte, dann ist immer alles wieder gerettet. Wie gesagt, in einer halben Stunde ist die Beladung dann drauf, ja? Ja, klar, super. Vielen Dank. Bitte gerne. Wiedersehen. Wiedersehen, danke. Auch die Personalvermittlungsfirma Trenkwalder nutzt die Prepaid-Karten. Rund 1000 Mitarbeiter arbeiten bereits damit. Angelika, ich habe mir diese Bewerbungsbögen angeschaut und da habe ich mir gedacht, bei diesen drei Kandidaten wäre der Einsatz der Prepaid-Karte sehr interessant, weil die ja sehr viel unterwegs sein werden. Wir bei Trenkwalder verwenden die Prepaid-Karte für unsere Mitarbeiter, die bei unseren Kunden vor Ort im Einsatz sind, sprich unsere Zeitarbeiter. Und hier primär für die Mitarbeiter, die auf Montage sind, sprich sehr viel unterwegs sind und die können mit der Prepaid-Karte die Verpflegung bezahlen oder auch zum Beispiel die Unterkunft. Seit 2008 arbeitet Trenkwalder mit dem bargeldlosen System. Die Prepaid-Karten werden vom Unternehmen selbst wieder beladen. Die Montagemitarbeiter können damit weltweit ihre Ausgaben begleichen. Andreas Uferer kann sich noch gut an die Zeit ohne die praktischen Karten erinnern. Also früher hat man in die Trenkwalder-Filiale fahren müssen, hat dort das Geld bar beheben müssen und es war halt ziemlich umständlich das Ganze, wenn man hinfahren hat müssen und eben alles, da hat man alles bar einstecken und das war halt umständlich. Noch ein Vorteil. Die Karte ist sicherer als Bargeld, denn die Geldbeträge sind nicht auf der Karte, sondern im Paylife-System gespeichert. Bei Diebstahl kann die Karte sofort gesperrt werden. In der HLW Fohnsdorf gibt es seit gut einem Jahr auch kein Bargeld mehr. Egal ob das Jausenbrot oder die Kopien, alles wird mit Karte bezahlt, des sogenannten Educard. Das hat mehrere Gründe. Zunächst den ganz praktischen, dass unsere Lehrer bislang das Geld einkassieren mussten und es ist nicht Aufgabe der Lehrer Geld zu kassieren, sondern zu unterrichten. Daher wurden dann mal die Lehrer entlastet. Ein zweiter, sehr unliebsamer Grund war, dass wir zwei Einbrüche in der Schule hatten, wo die Einbrecher nur nach Bargeld gesucht haben, was uns veranlasst hat, auch das zu beenden, dass es Geld kassiert wird in unserer Schule. Ja und ein dritter, sehr wichtiger pädagogischer Grund ist, wir sind eine Schule für wirtschaftliche Berufe und unsere Schülerinnen und Schüler sollen es lernen, mit virtuellem Geld umzugehen. Die Educard ist eine Schülerservice-Karte, die mit einer Quick-Zahlungsfunktion ausgestattet ist. Sämtliche Zahlungen, die während des Schuljahres zu begleichen sind, werden über das Educard-System abgewickelt. Es kann im Prinzip alles einbezahlt werden. Bei uns ist es so, dass wir zu Anfang hatten wir den Elternvereinsbeitrag, dann hatten wir die Schulbücher, dann der Kochbeitrag für die Kochgruppen selber, der Schülertisch ist der Mittagstisch, wo sie jeden Tag essen können. Im Prinzip kann man alles dort einzahlen. Aber es muss natürlich vorher von mir im Computer eingegeben werden. Eltern und Schüler bekommen monatlich eine schriftliche Aufstellung, welche Zahlungen fällig sind. Schummeln ist nicht mehr möglich. Jeder Schüler bekommt dann einzeln eine E-Mail nach Hause geschickt, die mit PDF verschlüsselt ist, damit er sie nicht selbst verändern kann. Und die Eltern sind auch sehr froh, dass sie jetzt wirklich zu Hause sehen, welcher Betrag für sie dann auf das Jugendkonto der Schüler zu überweisen ist. Die Handhabung der Educard ist simpel. In der Schule gibt es eine eigene Quick-Ladestation. Sobald die Educard aufgeladen ist, kann sich die Schülerin online im System mit Karte und PIN anmelden und ihre offenen Beträge begleichen. Mit einem Chipkartenleser ist die Überweisung auch von zu Hause aus möglich. Schüler und Eltern können so kontrollieren, welche Beträge noch offen sind. Ich finde, dass man mit dieser Karte ist das besser, weil man dann das Geld nicht so immer umdrehen muss. Dass man das einfach mit Karten zahlt und dann fertig. Ja, meine Mama überweist mir das aufs Konto und die kann das nachher oben bei unserem Termin nicht und nachher über die Educard überweisen. Die Educard ist mit der elektronischen Geldbörse Quick ausgestattet. Als eines der ersten Länder der Welt brachte Österreich 1996 die Technologie zum Einsatz. Robert Komatz war einer der Mitentwickler von Quick. Also den Chip kann man vergleichen mit einem Computer. Er führt Rechenoperationen durch, er hat eine Speichereinheit und man kann speziell mit diesem Chip kryptografische Operationen durchführen. Das heißt, man kann auch Verschlüsselungen durchführen, man kann Informationen entschlüsseln und damit kann man Informationen sicher machen. Und andererseits kann man damit Informationen für jemanden, der diese Informationen benötigt, so transportieren, sodass sie dort unverfälscht ankommen. Quick statt Cash, so der Slogan. Die Quick-Geldbörse kann bis maximal 400 Euro beladen werden. Die Bezahlung ist kinderleicht. Reinstecken, auswählen, OK drücken. Schon ist das Produkt bezahlt. Kein Geld hat Robert Komatz schon lange keines mehr bei sich. Im jetzigen Fall habe ich nichts in meiner Geldbörse, außer ein paar Rechnungen. Ich bin heute in der Früh von meiner Tochter geblündert worden. In der Schule in Vonsdorf ist das Kleingeld auch längst verschwunden. Kopiert wird mit Karte. Und auch die Jause wird bargeldlos bezahlt. Der Umgang mit dem unsichtbaren Geld ist für die Schüler mitunter auch ein wichtiger Lernprozess. Mit der Edokart kann ich halt alles kaufen. Ich kann zum DIPA und alles einkaufen gehen. Aber ja, es ist halt eine Umstellung. Wenn man sonst immer das Geld mitgekauft hat, und wenn man jetzt nicht so viel Geld mitgekauft hat, hat man halt nur das gekauft, was man das Geld mitgekauft hat. Und jetzt kann ich halt schon viel mehr kaufen, wenn ich Geld da oben habe. Zahlen die Schüler nicht rechtzeitig ihre Beträge ein, wird gemahnt. Jeder säumige Schüler wird persönlich an die fällige Zahlung erinnert. Mahnspesen gibt es aber noch nicht. Ich denke, dass das für die Schüler auch ein Lernprozess jetzt wieder ist. Denn als ich mal einkassiert habe, war es etwas leichter, das Geld zu bekommen. Ich denke, dass sich die Schüler vorm Terminal eher anonym fühlen. Und sie glauben, dass das unbemerkt bleibt, wenn sie das nicht hingehen. Und es ist zur Zeit noch ein bisschen schwierig. Die Zahlungsmoral müsste noch ein bisschen verbessert werden. Aber man sieht, bei den höheren Jahrgängen funktioniert das schon sehr gut. Gleich bei ATV die Reportage. Sieht so die Zukunft des bargeldlosen Bezahlens aus? Burgerbestellung nicht beim Mitarbeiter, sondern beim Terminal? Der Mitarbeiter hier und auch der Küchenmitarbeiter, die sehen sofort, während der Gast gibt, was er bestellt. Und wenn der Gast dann hier kommen, bekommt er hier dann auch sein Essen sozusagen ausgehindigt. Geht es nach der Fastfoodkette McDonalds, dann sieht die bargeldlose Zukunft etwa so aus. Burger werden nicht mehr am Tresen beim Mitarbeiter bestellt, sondern via Bildschirm und Geldkarte. In der Schlange stehen und warten gehört der Vergangenheit an. Die kürzlich installierten Self-Order-Terminals werden vor allem vom jüngeren Publikum gerne benutzt. Wenn man ein paar Bargeld da hat, muss man gleich bestellen und kann man gleich noch eine eigene Ausgabe. Das ist viel, das finde ich, mache ich immer so. Auswählen, Maestro-Karte einstecken, Pin eingeben, bezahlen. In weniger als zwei Minuten ist das Menü bestellt. Die Terminals sind mit Bildschirmen in der Küche und an der Ausgabestation vernetzt. Mit Bankomaten oder Kreditkarte kann er da vorne seine Bestellung eintippen. Und der Mitarbeiter hier und auch der Küchenmitarbeiter, die sehen sofort, während der Gast gibt, was er bestellt. Die bestellen sozusagen synchron dann die Bestellung auch zusammen. Und wenn der Gast dann hier kommt mit seinem Zettel, steht dann drauf eine Nummer, Nummer 43, dann bekommt er hier dann auch sein Essen sozusagen ausgehindigt. Trotz dieser technischen Neuerungen und der vielen Vorteile ist Österreich ein Barzahlerland. Wir alle sind Gewohnheitstiere. Wenn man gewohnt ist, Bar zu zahlen, dann muss schon was Gewaltiges passieren, dass man plötzlich umsteigt. Zum Beispiel bei Tankstellen ist man viel eher gewohnt, mit Kreditkarte oder mit Bankomaten zu zahlen oder wie das eigentlich heißt, Maestro zu zahlen. Dort hat man sich gewöhnt daran und dort zahlt man dann auch mit bargeldlosen Varianten. Im Supermarkt ist es so, dass wir alle gewohnt sind, sehr weitgehend mit Bargeld zu zahlen. Ältere Semester haben mitunter Schwierigkeiten, sich auf das neue, bargeldlose Zeitalter umzustellen. Die moderne Technologie kann manchmal eine Krux sein. Dann habe ich jetzt zweimal bestellt oder was. Ach, also ich verwende meine Bankomatkarte, wie sie in Österreich heißt, nur zum Geld abheben im Grunde. Oder mal irgendwo ein Hotel bezahlen oder sowas. Und das finde ich jetzt nicht so userfreundlich vielleicht. Was muss ich jetzt ändern? Diese neuen Technologien und die bargeldlosen Zahlungsvarianten sollen dazu verwendet werden, die menschliche Kommunikation wieder zu fördern. Denn am Ende des Tages verkaufen nie Maschinen an Menschen, sondern immer Menschen an Menschen. Heute ist das eine Sache des Lebensstils geworden, elektronisch zu bezahlen, mit der Karte zu bezahlen, mit der Bankomatkarte zu bezahlen, aber auch mit der Kreditkarte zu bezahlen. Ich kenne auch international in meiner Branche keinen Experten, der voraussagen, wie das das Bargeld ausstirbt. Wir sind schon zufrieden, wenn wir 70, 80 Prozent des Bargelds abgelöst haben. Wir sind schon zufrieden, wenn wir 70, 80 Prozent des Bargelds abgelöst haben.